Zu den wenigen Werner Juden, die den Holocaust überleben, gehört Heinrich Salomon. Heinrich Salomon war fest verwurzelt in Werne. Heinz Salomon ist 1908 geboren in Werne. Er war vom Berufiehändler, wie sein Vater auch. Er lebte mitten in Werne. Heinz Salomon wurde aus seinem Haus brutal rausgeholt, wie andere jüdische Mitbürger dieser Stadt auch. Sie wurden auf dem Marktplatz hingetrieben, muss man schon sagen, dort zusammengeschlagen. Und zwar nicht nur von Nazis, und das ist der wichtige Unterschied, sondern auch von Werner Bürgern. Heinz Salomon ist in der Nacht noch im Kloster gelandet. Im Kloster hat man, er hat sich die Pulseidern aufgeschnitten, weil seine Schwester wurde in dieser Nacht misshandelt, letztendlich dann auch deportiert und ist nie wieder zurückgekehrt. Heinz Salomon wurde im Prinzip gerettet von Dr. Hövener, der hat ihm die Pulseidern wieder zusammengedreht. Und letztendlich auch von den Kapuzinern, die ein sehr mutiges Beispiel waren damals. Er musste im Alter von mehr als 30 Jahren seine Heimat verlassen. Er war einer der Letzten, die das noch geschafft haben. Und dann letztendlich die Flucht nach New York hat im Prinzip sein zweites Leben begonnen. Und dann war er eine der Letzten, die das noch geschafft haben.